Jo Leute, hier ist der TGW. Vor dem Video nochmal ein paar ganz ganz kurze Worte. Und zwar wollte ich mit dem Tarok zusammen Magiker aufnehmen. Und das habe ich auch getan. Und bevor wir angefangen haben, haben sich da so ein paar lustige Szenen gebildet. Also bevor wir mit dem Video angefangen haben. Und die wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Und deshalb gibt es hier einen ganz kurzen Zusammenschnitt davon. Das richtige Video, also die Folge 1, die werde ich dann für morgen hochladen. Das heißt, freut euch schon auf morgen Abend 18 Uhr. Also selbe Zeit wie das hier. Und da werdet ihr dann die ganze Folge sehen. Und ich würde sagen, bis dann Leute. Viel Spaß. Graus sieht kacke aus. Ich bin der pinke Ranger. Ding, ding, ding. Ich könnte die gefickte Robe nehmen. Mach mal. Ja? Ach nee, das war die falsche. Aber die sieht auch ganz lustig aus. Die Reddit-Robe. Oh ja. Da ist die gefickte Robe. Die sieht cool aus. Ich nehme die Cyber-Robe. Oh, fast. Fick-Robe. Ups. Wie heißt es auf Deutsch? Die Schunkelbedrohung? Ja. Das klingt ja total Banane. Ja, ist echt so. Alter. Dann bin ich, äh, bin ich, bin ich, bin ich, äh, bin ich, äh, bin ich, äh, die pinke Ranger. So. Okay, passt zu dir. Ich bin das rosa-rote Röckchen. Ja. Ja, ich will echt nicht wissen, was du dir da eben zu trinken geholt hast, ey. Schöner Lücken. Nice. Moment, ich muss dich mal ein bisschen lauter machen, sonst ist die Musik nämlich lauter als du. Jawoll! Endlich wieder laut sein. Ist das geil. Ja. Warte mal, ich muss nochmal rejoinen. Sorry. Sorry. Tut mir so leid. Ich hab das alles nicht gewollt. Das ist alles nur geklaut. Oh, 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 oh. Da. Was war das? Was war das? Was war das? Wie geil, das war. Ich hoffe, du musst gerade alles mit auf, Alter. Ja, ja. Ah, wie geil das war. Das sind die besten Outtakes, die Outtakes. Die Outtakes. Ah, wie geil das war. Allerzeiten. Die bestesten Outtakes. Die allerzeiten. Die bestesten. Die bestesten. Jawohl, die bestesten. Die bestesten. Wir sollten echt mehr gemeinsam aufnehmen, weißt du, was passiert? Oh, ja. Weiß ich, ja. Oh, ja. Juhu. 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 Jeeaaahhh Jooo ich bin Fresh Dumbledore Guck mal ich kann sogar so reden wie der David Das fällt überhaupt nicht auf wenn ich jetzt beim Multiplayern So kann ich jetzt endlich starten? Nein Ja nun musst dich noch rosa machen Du hast es erfasst. Es ist so schön. Oh ja. Es ist einfach so schön. Oh ja. Es ist ein Götterwerk ist das, ja? Fickrobel! Erfasst. Hallo? Hallo? Pst! Er hat meine Wurst geklaut. Mann, jetzt seid doch leise. Wir wollen die Geschichte hören, Mann. Das ist gerade so ein geiler Ladescreen. Echt, Mann? Hä, wer steht dann schon auf Geschichte, Alter? Ja, komm, die muss doch davor. Dann mal legst du das Schulfach anzeigen. Pst! Geht bei dir schon los, oder was? Ich höre schon die Geschichte, Mann. So, ich bin am Ladescreen. Ja, dann erst mal dein Maul, ey. Spoiler! Hast du super gemacht. Direkt am Anfang ein Spoiler. Mensch, Mensch. Oh ja. Das Spiel ist abgestürzt. Pfff. Ja. Aha. Geht es auch mal weiter hier, oder was? Jo, Magica ist raus. Mensch, Tarok, bist du schon wieder inkompetent? T-t-t-t. T-t-t. T-t-t-t. 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 Muss er hier professionell ersetzen, die ganze Scheiße. Ach so. Ah, es geht los. Oh, Aschge. Jetzt kann ich nicht mehr beitreten. Boah. Ich glaube, wir müssen das Ganze nochmal neu starten. Warte. Ja, Maul jetzt. Ich will jetzt meine Maus wieder sehen. Oh, manchmal, ich will meine Maus sehen. Ach so, okay, da ist meine Maus ja schon. Ich muss mal ganz kurz in den Optionen, den Sound anpassen, das SFX war nämlich viel zu laut, äh, leise. Alter, ohne Witz, man, du musst Folge 0 machen, wo einfach nur die ganze Zeit dieser Scheiß abgeschpielt wird. Ich sag dir, 100.000 Klicks garantiert. Ja? Meinst du? Sonst mache ich mir 100.000 Fake-Accounts, damit du deine 100.000 Klicks hast. Ach so, okay. Fände ich gut, denn unser ganzer Kanal hat noch keine 200.000 Aufrufe. Was sind denn Mack Kieren? Was für ein Ding? Nix. 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 Psst. So, ich hab noch mal kurz beendet. Ich speichere die Aufnahme jetzt einfach mal kurz so ab, wie sie ist. Jawoll, ich kann das Spiel betreten. So, ich stoppe jetzt. Dieses Spiel betาน. Also, bitte clos.